Das kommende Album von Neon trägt den Titel Verrückt nach Liebe, das Beste aus 10 Jahren. Das Album erscheint voraussichtlich am 16. September über das Label Telamo. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.